Hallo und Willkommen zurück zu Minimetro. Extremmodus in St. Petersburg ist heute dran. Also ich kann nichts abreißen. Habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Ich will nicht. Kommt vor als wäre neue Musik da. Ich müsste sie vielleicht auch ganz leise hören. Danke. Was ist das? Amen. Ja, genau. Ich weiß nicht, was man hier groß kommentieren sollte. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal einfach den Ton aus. Das mache ich dann einfach beim nächsten Mal. So, jetzt das als Vorankündigung. So, jetzt geht's. 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 ich nehme ich muss ja viel spaß ich habe verloren so jetzt musste ich das leider machen doch einfach den orangenen zug nehmen können ich habe verloren heil dich mal sonst habe ich jetzt wirklich verloren neun danke und perfekt jetzt gibt es so die grüne linie ist etwas überlastet glaube ich wohl schon zwei züge fahren von einer einen waggon die rote könnte auch einen zweiten waggon vertragen zweiten zug oder einen waggon haben ja noch keinen waggon da kann ich auch keinen zweiten waggon an saha hier an der hauptstation schreitert der roten kann ich nicht mehr zumuten dann habe ich jetzt offiziell verloren ein grüner zug ein roter waggon dort mal sehen ob das noch was ausmacht hier hier läuft jetzt über hier ist katastrophe ach hier ist zuerst 29 tage ich bin aber rang 37 ist ja auch als halb 10 obere 15 prozent wow kann ich mir ja fast als profi bezeichnen guck mal so groß ist der unterschied jetzt gar nicht also ja und war es das mit der folge und ich sag tschüss mittels und ich sag tschüss